Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft mit dem Kubus und dem kleinen Schnittchen. Hallöchen, wir stehen hier voll im Dunkeln und wir haben die Bahn jetzt. Wow, das sieht krass, guck mal da hoch. Das sieht krass, guck mal da hoch aus. So, pass auf, du machst hier unten die Erde, ne? Ja, hier, warte mal, warte mal. Ja, was denn, was denn? Warte mal, hier, nimm mal die Schienen. Das sind, ähm, sag mal schnell Boosterschienen, aber ich habe doch Schienen. Also ich meine, Antriebschienen habe ich keine mehr. Ich gehe jetzt hinten rum und hole meine Lore und komme dann runtergebrettert. Oh, haua, haua, ha. Ja. Oh, ist mir jetzt schon schlecht. Oh, du Armer. Ja, mir ist jetzt schon schlecht. Oh. Oh, der arme kleine Kubus. Ja, wo haben wir die Lore? Ist unten im Lager, ne? Ja, da sind sogar zwei, soweit ich weiß. Deine und meine. Okay, ich hole jetzt einfach nur mal eine. War ja, natürlich. De, 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 de. Die ist unten. Du kannst ja abwechselnd fahren, ne? Genau. Ja, im Lager. Aber wo genau kann ich die jetzt nicht, äh? Ich finde die, ich finde sie. Ja, doch. Ich werde sie finden. Ja, muh, ha, 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 ha. Du wirst nicht entkommen können, kleine Lore. Kleine Lore, du bist uns gnadenlos, warte. Ausgeliefert. Ausgeliefert. Ich habe ein Boot. Ich habe ein Boot. Ob ich mit dem Boot auch da runterkommen kann? Ähm, wenn du da noch ein paar Rollen runtermachst, kannst du das Boot auch als Lore nutzen, ja? Okay. Ich finde sie nicht. Ähm, kannst du mal gucken, ob du da noch... Das hast du gut, das hast du gut. Was möchtest du denn? Ähm, ob du noch was Erde findest. Erde? Ja, kann man nie genug haben, ne? Okay, dann gucke ich mir. Warte, Erde? Äh, da ist keine. Natürlich nicht. Ja, ich habe sie. Ich habe Erde. Ich habe ganz viel Erde. Das macht mal eben genug. Das macht mal eben genug. So, dann werde ich mich jetzt auf den Weg machen und eine Runde Lore fahren. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Ich auch. Ich bin gespannt, ob ich das überlebe. Also die eine oder andere Stufe kann man doch bestimmt hier drin lassen, oder? Weiß ich nicht. Du machst das schon. Ja, ich befriere mich. Ich gebe mir jetzt erstmal hier alles zu und dann kann ich ja gleich mal kicken kommen, ne? Ja, ich komme jetzt gleich kicken. So. Und... Und los geht's. Ich komme. Wow, krasse Kaka. Echt? Musst du mal? Wow. Oh, abwärts. Hilfe, Hilfe. Hilfe, Hilfe. Na gut, dann mach ich das hier hin. Auch in Ordnung. Okay, ich bin abgesch... Du hast ja hier noch nicht fertig gemacht, du Eierkoppel. Was? Nee. Ich habe hier die ganze Zeit Erde dran gefrieren. Guck mal, sieh jetzt groß sich hier an, was ich gemacht habe. Ja, hast du das toll gemacht, du. Ja, kann ja nicht alles auf einmal. Heißt ich Bibi Blocksberg oder heiß ich Kubus-Schnittchen? Also bitte. Das kann ich dich jetzt so auf Anhieb kündig dir das gar nicht. Soll ich dich wieder zurück ankotzen mit Schiene und so, oder? Äh, nee. Sieht wohl nicht so danach aus. Äh, hast du Redstone so dabei? Nee. Ist gut. So funkel, funkel, staub meinst du, ja? Yes. Ach nee, mit der Fackel kannst du nichts anfangen, ne? Nee. Ja, dann mache ich die wieder weg, so. Dann haben wir Dauerstrom. Ja, ich weiß. Das kommt nicht so gut. Ich vergaß. Und ich habe keine Erde mehr, die kannst du mir mal geben jetzt. Pass auf jetzt, setz dich mal da drauf, hier, setz dich mal rein. Setz dich rein. Ja. Und drück mal nach vorne. Ach so. Weiter, weiter drücken. Drück, 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 drück. Ja, tschüss. Geht ab, ich schwitzge. Alter, 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 so schnell kann man gar nicht gucken. Aber ich sehe dich von hier unten, voll geil. Das ist richtig krass. Oh, ich komme wieder zurück. Warum? Ich weiß nicht, ich bin irgendwo hängen geblieben. Wie du bist. Hallo? Hört doch mal stehen. So, jetzt. Mir wird schlecht. Warte noch mal. Tschüss. Eine Runde brechen. Das ist echt übel. So schnell kannst du gar nicht die Maus bewegen. Meine Fresse. Ich halte den jetzt gedrückt. Ich weiß gar nicht, wo bin ich denn hängen geblieben? Hier, irgendwo bin ich hängen geblieben. Ach, hier fehlt nicht Schiene. Echt? Hier fehlt nicht Schiene. Wie geil ist das denn? Okay, lass, komm mal runter, wacht hier. Oh, ich bin schon auf dem Weg. Ich gehe mal, ich sollte vielleicht doch nicht so viel Alkohol trinken, wenn ich spiele. Ja, das denke ich auch. Ich gehe mal eben hoch. Warte, du hättest mir ja Erde da lassen können, Horst Hugo. Ja, jetzt warte, ich komme noch wieder. Ja, mir bleibt ja nichts anderes übrig, als zu warten. Wo fehlt denn hier eine Schiene? Weiter. Weiter. Weiter, weiter. Ja, ja. Ja, ja, weiter. Um eine Ecke. Da oben irgendwo. Weiter. Ja, da. Ach ja, hier fehlt eine Schiene. Ja. Eiferbübsch. Beim Runterfahren ist dir das gar nicht aufgefallen, oder? Ah, ich kann das hier nicht dransetzen. Ja, dann musst du die Booster-Schiene woanders hinsetzen. Hä? Was ist denn das? Sehr unsympathisch, diese Schienen. Hm. Ich glaube, wir können hier so nicht um Ecke bauen. Dann. Ich probiere mal eben was. Und mach dann hier so. Und hier eine dran. Nee, das geht auch nicht. Nee, das geht nicht. Ich glaube, da müssen wir es noch ein bisschen ausbauen, mal. Da steckt der Teufel im Detail, würde ich mal sagen. Aber ich habe schon eine Idee. Gut. Pass mal auf, ich komme jetzt mal zu dir. Nein. Wie, nein? Hast du Angst vor mir? Ja. Nein, komm bloß nicht zu mir. Bleib, wo der Pfeffer wächst. Ja, nein. Wo wächst der überhaupt? Der Pfeffer? Mhm. Ich habe keine Ahnung, wo der Pfeffer wächst. Du wirst das fragen. Ja, aber obwohl, vielleicht haben wir ja auch schlaue Zuschauer, die uns das beantworten können. Wo der Pfeffer wächst. Ja, wo wächst der Pfeffer? So, ich habe das repariert. Das hast du gut gemacht. Pass auf jetzt. Du bleibst unten. Ach so, ich dachte, ich darf jetzt an dir vorbeidüsen. Du bist so irre. Dann fährst du mich hier tot. Ach, Quatsch. Ach, Quatsch. Was würde ich nie tun? Ach, nein. Außerdem kennst du doch, Unkraut vergeht nicht. Wieso tust du denn dann eine Redstone-Facke hin? Der ist doch gar kein... Hier ist eine Wuster-Schiene. Jetzt sei mal ganz leise. Nee, bin ich aber nicht. Ich komme runter. Ja. Sprach ermunter. So, warte mal. Ich muss mal eben hier was machen. Ja, wo bleibt er? Fragt sie heiter. Nicht. So. Versuch was wert. Blablabla. Ich dich auch. Das ist schön. Abgürtisch. Das ist aber schön. Darf ich mich wenigstens schon mal reinsetzen? Ja, aber du fährst... Die fährt ja nicht von alleine. Nee, nee. Jetzt, jetzt fahr ich. So, fahr los, los. Okay. Guck mal, ob du oben ankommst. Du, 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 du. Alter, das geht ab, du, wie schwer. Mit Katze. Also, das sieht cool von hier unten aus. Ich komme... Ja, da wird einem wirklich ganz anders. So. Ich bin oben. Ja? Oh, ist das schön. Steig mal aus. Pass auf, ich steig aus. Schick dir die runter. Ach, du Scheiße. Oh, gut, dass ich das da hingewohnt habe. Ich wäre ja beinahe anders gelandet. Ich war nicht. So, was machst du jetzt? Ich schick dir die runter. Warum? Dann kannst du auch mal fahren. Ich bin doch schon gefahren. Ja, aber noch nicht rauf. Dann mach mal die Plattform nur einen breiter. Jetzt mach ich. Ich weiß zwar noch nicht, wo mit, aber ich mach das. Ah, ich seh die Bahn kommen. Ich seh sie kommen. Ich glaub, ich muss dafür... Wo ist sie denn, die Bahn? Ah, da kommt sie. Ich muss das jetzt hier notdürftig anders lösen, damit der arme kleine Kubus nicht gleich hier in den Abgrund fliegt. So, ich könnte auch mal ne Runde hier. Boah, geht das ab hier raus. Alter, wirst du schnell. Das hier holt du dich aus von hier unten. Boah. Boah. Jibbi. Krass, was? Jibbi. So schnell kommst du gar nicht mit, ne? Alter. Siehste? Das ist echt ganz, ganz knapp berechnet hier. Ja, cool, ne? Ja, aber ich musste andere Steine nehmen hier. Ja, ich hab keine mehr. Ich kann ja gleich mal gucken. Ich hab zwar noch so Treppen, aber... Das ist cool. So, dann hätten wir das schon mal... Ja, müssen wir noch... Ich hab das jetzt erstmal nur notdürftig gemacht, damit ich dich retten kann. Das ist aber schön von dir. Nicht wahr? Das find ich so nett, du. Ja, so bitte ich. Boah, in der Fresse, ey. Kannst du grad nicht verstehen. Super. Nee, komm los. Dann lass uns mal Glas noch. Hast du, ne? 64, jawohl. Lass uns noch eben unten den... Ist dir eigentlich aufgefallen, dass ich hier die Treppe verbessert habe? Ja. Und ist dir aufgefallen, dass ich diese Treppe, wo du jetzt runter gehst, auch verbessert habe? Nein. Guck mal die Ecke an. Das hast du schön gemacht. Ja, das ging mir auf den Sack immer davor, die Pumpe zu laufen. Das ist aber supi. Danke. So, dann werden wir uns unten jetzt noch so einen Bahnhof bauen. Äh? Wie unten? Ja, unten. Ach so, unten, unten. Ja, sag das doch. Was brauchen wir denn dafür? Hier ist auch noch Erde. Ähm... Ach so, ja. Glas. Ups. Glas. Boah, hier ist ja... Boah, ist hier viel drin noch. Äh... Ich hatte irgendwo noch Slaps gesehen. Sind hier Slaps? Hier sind normale Fackeln. Ja, einer drunter. 42 Stück. Nehme ich mit. Gekauft. Gekauft. Die weg. So, und dann Glas hast du, ne? Ja. Ah ja, Holz. Ich hab Holz. Ich hab kein Holz. Ich mach eben noch Türen. Komm mit. Ach so, ja, warte mal. Ich wollte wegen... Dann lass uns das eben fertig machen. Dann können wir mit unserem neuen Großprojekt anfangen. Ja, ich wollte gucken wegen der anderen Steine, aber wir haben... Ach so, kannst du noch eben Redstone mitbringen? Hä, wo ist denn der? Der ist ganz unten, glaub ich. Ja, dann geh ich mal eben ins Lager. Ich mach mal eben Türen. Ich geh mal eben Redstone suchen. Dudal, dudal. Ich geh mal eben Redstone suchen. So, jetzt hab ich vier Türen. Ich geh schon mal Türen einbauen. Ja, mach mal. Äh, warte, wo ist denn das Glas? Gib mir mal das Glas. Wo bist du? Ich bin jetzt schon im Lager. Ich geh Redstone suchen. Okay, dann geh ich. Ich bring's dir. Das Glas. Okay. Brauchst du sonst noch was? Nein, ich brauch nicht. Ach so, ich hab hier gar keine Tür drinnen gelassen. Ich nehm mich mit. Nee. Nein, ich hab hier... Ach, das ist auch egal. So. Hier brauchen wir keine Tür. Ist ja Blödsinn. Hier ist noch ne Lore. Aber wir brauchen ja schließlich auch Loren für unsere Mine hier. Nicht wahr, nicht? Ja, ich fahr mal jetzt runter. Mach das mal. Ich werd dann oben die Steine eintauschen. Kannst du die dann unten einsammeln? Was soll ich? Die Steine einsammeln, die ich dann da, ähm, wieder abbaue. Ähm, 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 äh, ja. Boah, das ist aber hier, ne? Ui, 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 ui. So, ich hab kein... Warte mal, wo bist denn du? Was war das denn jetzt? Nee, warte, geh mal zurück, ich schick dir die Bahn rauf. Nee, ich bin ja jetzt schon so gut wie... Ja, gleich stürzt du wieder ab und dann bin ich jetzt schuld. Naja, wer denn sonst? Das stimmt auch wieder. Dö, 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 dö. Wo bist denn du? Ah, da kommt sie. Boah. Geht einem Affenzahn. Supi, ja hier, hau mal Glas hin. Zack, bumm, Feierabend. Brauchst du sonst noch was? Achso, ja, warte hier. Zack, bumm, bitteschön. Und Wiedersehen. Wo gehst denn du hin? Achso, ich könnte ja eigentlich auch mit der Loro fahren, ne? Warte, warte. Halt. Nein. So. Komm zurück, lass zurückrollen. Mach ich. Bleib stehen. Was möchtest du denn? Jetzt kannst du den Knopf drücken. Oh, wie cool. Okay. Ich glaube, wir brauchen noch eine Boosterschiene dazwischen. Ich mache hier unten noch eine Boosterschiene. Alter. Das geht sowas von ab. Meine Güte. Meine Frise, du. So, und dann bin ich auch gleich da, wo ich hin möchte. Wie praktisch. Wie praktisch? Ja, wie praktisch. So. Dung, dung, dung. Ähm. Ja. Ich weiß nicht, wo die landen werden, die Steine. Da müsstest du mal netterweise nachschauen. Einen habe ich schon abgebaut. Was denn? Na, die Steine hier oben, die Pflastersteine, würde ich abbauen. Ach so, die baust du jetzt ab. Ja, und ersetze die durch Pflastersteine. Also zieht... Ne, warte, was war das? Pflastersteine gegen Pflasterziegel. Äh, ich weiß da doch nicht. Du weißt da doch nicht. Okay. Ziegel. Steine. Bom. So. Jetzt setzen wir da noch ein Dach hier drauf. Und eine Steinmauer brauchen wir noch hier. Bitte? Steinmauer? Ja. Damit wir auch nun wirklich nicht abstürzen. So. Dung, dung. Dung, dung. Dung, dung. Ja, das ist eine gute Idee. Ich mach auch. Dung, dung. Dung, dung. So. Ich guck mal, ob... Ui, 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 ui. Nicht weiter. Ähm. Kannst du mal schauen, wenn du wiederkommst? Du, ich schau die ganze Zeit. Weil wenn ich mit Augen zuspielen würde, wäre das echt schlecht. Die Klappe. Klugscheißer. Ich bräuchte noch Slaps. Ja, natürlich. Schätzelein. Jederzeit. Für dich immer. Irgendwie komme ich jetzt verarscht vor. Ehrlich? Ja, ehrlich. Also ich finde, das ist jetzt... Sie ist jetzt falsch. Also was wolltest du? Ich brauche Akazienholz Slaps. Oh. Kannst du dir nicht was einfacheres aussuchen? Nein. Irgendwas, was ich auch hab? Nein. Ich geh mal suchen. Ich brauche Akazien. Also das sieht echt, ähm... Ich glaub, in deiner Nähe wachsen doch welche. Ich hab Holz, aber ich hab hier kein Crafting-Täbel. Ja, warte, dann baue ich einen ab und bring den mit. Ja, nimm den mit. Das stimmt. Kannst du mitnehmen. Gut. Dann mach ich das, wa? So, zack, komm her, mein kleiner Tisch. Du kleiner, geiler, du. Dum, 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 dum. Du, toi, du, toi. Dann komm ich jetzt zu dir. Mal gucken, ob wir noch was von den Steinziegeln, Pflaster, Steinziegeln, wie auch immer, retten können. Ich komm echt nicht mehr auf den Namen, meine Güte. Auf welchen Namen kommst du nicht mehr? Ob ich wohl Altersheimer bekomme? Oh, wie schön. Das sieht aber gut aus. Cool, ne? Der Bahnhof hier. So, dann... So, patsch. Links neben dir. Okay. Ja. Dann mach ich mal eben schnell noch ein paar Slabs. Ja, ich geh dann mal eben nach den Steinen und gucken. So, dann hab ich das. Was ist? Ich glaub, die werd ich nicht mehr einsammeln können. Warum nicht? Weil die sich entweder schon in Luft aufgelöst haben. Ach so, das meinst du. Ja. Ah, ich hab einen gefunden. Aber ich komm nicht dran. So. Dann hab ich das jetzt hier auch fertig. Noch eine. Oh. Cool. Auf dem Böhmchen. Auf dem Böhmchen? Auf dem Böhmchen gelandet. Fertig. Fertig ist fertig, wenn ich sag, ist fertig. Ja, ist fertig. Fertig. So, fertig. Dann sind wir hier unten jetzt... Fertig. Fertig. Ich glaub, das hattest du erwähnt. Dann baue ich den Crafting-Table wieder ab. Äh, schick mir mal... Ach so, die Lohre... Wo bist du? Oben? Ne. Wo bist du denn? Meine Steine einsammeln. Oh, cool. Gut, dann würde ich sagen, wir sind hier unten fertig. Dann können wir beim nächsten Mal... mit unserem Neuprojekt anfangen, ne? So. Ich komme jetzt hochgefahren. Vorsicht. Ja, ich bin ja noch unten hier. Boah, jetzt geht's richtig ab. Ich hab da die Schiene eingesetzt. Supi. Sehr schön. Wow. Schickst du mir die Lohre wieder runter, dann komme ich auch zu dir hoch und dann... Dann beenden wir auch die Folge. Das ist eine gute... Oh, ist mir übel. Ja, ne? Ey, mir ist so übel. Hä? Hast du den Crafting-Table wieder mitgenommen? Den hab ich mitgenommen, ja. Du Fuscher, ey. Ich bin kein Fuscher. So. Bahn kommt. Ich warte. Die nächste Frau, sie kommt. Ich hoffe nicht, dass das wie bei der Deutschen Bahn ist mit den Verspätungen, ne, mein Freund? Nein, nein, das ist nicht so. Gut. Ach so, ich mach mal eben ein paar Mauern hier oben. Dann kann ich das noch fertig machen. Richtig, genau. Mach das mal. So, mal eben ein paar Mauern hier machen. Beim nächsten Mal ist das... Ach so. Nein, noch eine... Ja, bleib locker. Ich bin locker. Klugscheißer wieder hier. Nein, so nicht. Hat man sich einmal vertan. Ja, ich wollte dich nur darauf aufmerksam machen, bevor du das einsammelst, weil dann kannst du es nicht mehr verwursten. Das weiß ich doch. Wer ist denn hier der Klugscheißer? Ja, ich. Normalerweise. Pupu-Geige. Wo bist du denn? Es geht dich ein Kackdreed an. Ah, ein Kackdreed ist angekommen. So, dann würde ich sagen... Wow, das ist cool, was wir hier gezimmert haben. Soll ich dich da runterschubsen? Halt die Klappe. Sonst kriegst du einen mit der Axt über die Murmel. Und du mit dem Stein. Warte, ich muss mal von hier vorne eben schauen. Boah, das sieht cool aus. Guck mal von hier. Ja. Das ist voll schön. Screenshot, screenshot. Screenshot. So, damit danken wir uns wieder einmal ganz herzlich fürs Zuschauen. Es ist wieder eine etwas längere Folge geworden, aber wir wollten ja hier endlich mal fertig werden. Richtig. Und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.